Buon zu, quan, quan. Da sind wir am Stürze, Rainbow Six Siege wird gezockt. Und zwar zusammen mit Johnny und Mabossa. Hallihallo. Was geht? Wir wollen starten, Splittergranate auf jeden Fall. Granate, Renate, Sprengladung... Genaum, was zocken wir? Welchen Dude nehmen wir? Wir müssen uns ein bisschen eien, weil wir müssen Bescheid sagen, den anderen was die nehmen kann. Also Granate muss dabei sein, der Rest ist eigentlich egal. Ich weiß nicht wo ich kleine Splittergranate... Okay, hab ich. Ich habe auch. Wer will das Schild nehmen? Ich nehm das Schild Ok Ok, ich hab alles Gutachos, wir zocken Fünfer Rekruts Troll Keiner hat den anderen jetzt gesagt, was sie zocken sollen Oh doch, sie haben alle Granaten dabei Sehr schön Ja, hab ich ja gesagt im Team Top, top, top Wir haben übrigens zwei Stück aus der Community dabei Und zwar den OP-Killer und den Kapo Stich, strich Stich, strich, strich Minus Ich glaube, sie sind Küche Oder? Ich glaube, ich hab da schon Rekruten gesehen Haben die auch Rekruten? Ne Ah, mich kriegst du nicht Ich will Punkte geiern Deko, gib mir mehr Punkte Ey, Lappen Wenn man sie in der Hand explodieren lässt Das wär mal ein Kill, wa? Yeah Nein, Marvin Ja Ja So ein Bastard Das wär meine richtige Balls-Aktion jetzt hier Wir machen ein Selbstmörder-Granaten-Kill Ein was? Ein Selbstmörder-Granaten-Kill Granate zücken, reinlaufen, bumm, alle hochnehmen Wir prüfen, dass es klappt Egal, nie im Leben klappt das Macht mir ne Wand auf und ich zeig euch was es heißt, Balls zu haben Balls zu haben Okay, Alter, ich hab die Farmas von der Twitch Aber Aber Es ist richtig abgefuckt, Alter Bro Ich weiß noch, ob wir zur Drohne rein Guck mal, ob die Bakke hier frü ist Das sieht so weit, dass alles frü aus Ja, aber schon rein, wir rein Ah, hier ist irgendwas Rote Treppe, rote Treppe ist Auch ne, doch da ist der Rote Treppe kommt was Jawoll Rote Treppe kommt der Jäger Easy kill, Alter Easy kill Oh, der hat das Spiel verlassen Lol Niemand legt's mit Pro fucking Wasser Wir wurden entdeckt Die Cam da oben ist aber nicht mehr da Okay Ich hab die sogar Ich bin auf dem Boden Nee, Alter Ja Okay, der will Granate nicht rennen Lol Wo war hier was? Hier LOL Wie wir einfach alle rennen abgehen Oh, come on, Alter Ich bin da Oh, schade Komm schon Granate kill Der liegt auf dem Alle tot Nein 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 Vielleicht musst du nach unten messern Wenn der Typ auf dem Boden liegt Hä, das war meiner Sicht War es gar nicht ersichtlich Dass überhaupt getroffen wurde Deswegen, ich hab erst links zu dem gemessert Ah, was Okay War bei der Schilderunde, muss man sagen Alle gestorben Naja Also für euch, von mir nicht Wir haben richtig geile Kills gemacht Aber der war immer wieder versagt Also Also GSG9 GSG9 Stacheldraht 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 Und Schild Oder was? Alle Schilder Stacheldraht Ich nehm Polo P90 GSG9 Stacheldraht Und Schild Stacheldraht Und Schild Von mir aus Machen wir Nehmen wir das mal So läuft das So läuft das Ich hoffe, ich krieg's auch mal nen Kill hier Äh, oh Alter Oh Wir sind hier Alter Oh je, oh je Mit Rekunden Gefickt, Alter Nein, 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 nein Da sind so viele Wände, die wir zu machen müssen Ich hab nur eine Wand Aha Wir haben alle nur eine Wand So, ich muss mir das mal kurz anschauen Oh, episch, das steht Überhaupt, ey Sieht man das? Mach einfach vier Stacheldraht hin Weil die eh reinkommen werden Ja, doch das sieht man Scheiße Okay Es bleiben noch zehn Sekunden Es bleiben noch zehn Sekunden Geil, also soll ich nach oben gehen? Oh, ich hab's schon gewandt Ich hab zwei gerade Ich hab zwei hier Ich hab zwei hier Wo muss auch zugemacht werden? Was ist damit? Was muss zugemacht werden? Ah, hier mach ich auch nochmal zu Deswegen die Küchenseite zu Ja, was ist damit? Ja, wie einfach da kommt, wird die Wand aufgerissen Los, raus hier Da soll ein Schild hin Ist eigentlich irgendwer von uns am Roam? Ne Da mach ich das jetzt Ne Mit der P90 hat hier schlecht Alter, ich werd so verkacken On point Wo pegt ihr da, Alter? Mit der P90 kann man eigentlich so nichts anfangen Ich hab ne Drohne irgendwo Ich glaub ich geh nach oben Ja, ja Ich muss nachladen Das war meiner Das war meiner Verletzungsstisch Das war deiner, Alter Den hab ich angefragt Der hat ne Chance gehabt LOL So, rote Treppe Richtig übertrieben, OP Oh, hier wird aufgemacht Okay Ich komme Glaube ich Ich auch Ist da was? Da sind Mindestens, mindestens Hibanas, oder? Nein Oh Jetzt kommen sie in den Kühlraum Nur noch Was? Wo? Ich Marvin hasse, Alter Ich hab' da Hauptwahrung Please Da kommt die Hibana Oder da war zumindest grad die Hibana Bro, fucking Bossa Du hast den Skill Mach sie platt Keine Cam mehr, auf der man irgendwas sieht Oh, ich werd ne Cam haben Ah, ist die Info War sie da? Ja Ja Ja, da war sie Ja, also eben beim Schießen Alter, du solltest da weg Du solltest da weg Du solltest da weg Ja, mit der scheiß Pumpe kannst du auf dir für mich nichts machen Da würde ich abhauen Ja, gar nicht so ne schlechte Idee Ich hab grad nur ein Step gehört Was? Ich hab grad nur ein Step gehört Wie schnell war die denn? Wie schnell war die denn? Leute, aber auf! Das wusste ich gar nicht Ja Hab ich angesagt Na oben der Dropper auf Na oben der Dropper auf Q-Tips nicht in den Hintern schieben Sondern in die Ohren Was hast du gesagt? Die kommen durch die, durch den Kühlraum Ach Ja Das hast du gesagt Und Dropper auf Da hab ich doch den Blackbeard Da hab ich den, den Blackbeard doch Egal, okay schnell, weiter Was machen wir? Was tun wir? Äh, diesmal Wie wärs mit FBI Rauchgranate FBI Rauchgranate Und Granate wieder Ja FBI, Rauchgranate Rauchgranate Aber wir müssen jetzt gewinnen Jungs Sonst ist das schon vorbei Mit Schild Mit Schild? Alle Schild Alle Schild Okay Langsamm 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 Toll, warum hab ich grade? Ich hab grad 7 FPS Ja Die Saison Ja Huiiii Und Punkt Hä, ich hab 12 FPS, Alter Was soll ich? Digga Deko möchte mal gute Camps haben Ich hab die ganze Zeit 300 FPS Und Hä? Ist doch gut Ja 300 ist gut Aber warum hab ich jetzt 12? Krieg dir nicht, krieg das nicht weg Weil du nicht das Schild gewählt hast Deswegen hast du nur so wenig FPS Das Spiel Ja Okay, wo waren wir überhaupt rein? Hm Wir müssen eigentlich alle nur Deko-Deffen Der Der Hat ja die Bumme So, wo ist der? Deko-Deffen Deko-Deffen Digga, ich hab 14 FPS, Mann Ich hab ne Diashow hier Okay Ah Er hatte wie lange er geworfen hat Ich weiß, meine Granate jetzt in die Richtung Und vorbei Oben bitchen Aufpassen Da, ne Ey, lass einfach oben durchgehen Ah Geh ich mal nach oben Kommen alle durch den Drop oben YOLO Auf jeden Fall Bin dabei Ey, warum zum Fick? Ich hab neun FPS Nein, ich kann das nicht aufmachen Ich hab gar Rauchgranaten Aber du hast ne normale Ne, hab ich nicht Wie? Hast du nicht? Da hab ich Da hab ich Ja, ich hab Rauchgranaten und Blendgranaten Boah, die schießen da schon rein Boah, die schießen da schon rein Nein, das war doch Achso Ich kann das aufmachen Okay Ist zwar nicht nach Plan, aber ich kann eh nichts machen Nein, Mann, geh weg, geh weg, geh weg Alter, wie lange du noch da gechillt hast Ja, Digga, ich hab neun FPS waren Digga, musst du mitreden Bei mir ist doch erstmal ne Granate da ankommen Boah, da sind zwei Digga, ich mach jetzt den Ich hab 10 FPS, Alter, ich kann nicht diesen Böcke aus dem Gehirn, Alter Oh Da hinten sind sie Da Also in welchem Raum sind die? Unten Hier haben wir noch einen Was heißt denn unten? Ja In der Bibliothek In dieser Saal immer noch Siehst du die Markierungen oder nicht? So Ja Jetzt schon Da oben ist noch die Cam Okay, mal meine Cam Okay, der hängt drinnen Unten im Bahnmuseum ist noch einer Okay Können wir da noch eben aufmachen, den Drop beim Bahnmuseum? Ja Sehr schlau Der Drop im Bahnmuseum ist offen Das war vorher schon Das war vorher schon Alter ich Jetzt geht's ab Gut Wechsle das Magazin Wechsle das Magazin Ja, hier hoch, das würde er noch leben Da haben wir den Echo Nein Wie viel Schuss hat der denn? Ah 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 Alter Ah Shit Okay, jetzt musst du es schaffen Wer ist das? Johnsky Du bist der letzte Johnny Beweg dich Ja Beweg dich Hab Eier Was? Ich wollte den Selbstwerder machen Wie die Granate nicht losgezogen wird Scheiße Scheiße Ich würde sagen Eine Runde hängen wir noch dran Eine Rekrut Runde extra Bis gleich Pauts Buchachos Pauts Buchachos Übersprochen Jetzt die zweite Runde Only Rekrut Ich habe jetzt gerade gehört Es gibt viermal Schild Und einmal Kein Schild Das bin dann ich Der eine der die Frax holen darf Oder soll Genau, wie die Spartiaten Bestützen wir dich jetzt Der die Frax holen soll Bin noch nicht so Noch nicht so überzeugt von Nehmen wir Spittergranaten und äh Kapro Ja, Spittergranate mit Okay, passt Wird schon Wird schon Ich glaube Der komplette Rest nach OP-Killer Abbrüche dich fürs Team Abbrüche dich fürs Team Abbrüche dich fürs Team Der letzte Teil Nach OP-Killer ist nicht angekommen Er weiß nicht was er tun soll Egal Nimm die Granate Keller? Es ist Keller? Es ist Keller Es ist Keller Okay, wir kommen schon mal nicht Wir kommen in den Keller So gut wie nicht rein Nicht rein Deswegen gehen wir von hinten direkt So Dann habe ich direkt hier eine Drohne Nein Alle durch die Kellertür So Da habe ich auch meine Drohne Und dann können wir das Hardcore rushen eigentlich Alter das Ding Oh das wird so schön Okay erstmal aufpassen Nicht wegpollern lassen Deko beschützen Das Visier bei meiner Knarre ist schon wieder so Schweins Wobei es besser als bei der Äh Strafe Okay durch 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 Einsatz Go 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 Deko beschützen Deko beschützen Wo ist Deko? Hinter euch ihr Lappen Granate kommt Mach die Wand auf Dann können wir da gleich durchgehen Geile Granate Voll für den Arsch Lol Ich habe eine Sprengladung dabei Ich auch Stimmt ich auch Durch hier durch durch Weiter durchgehen Treppe oben Treppe oben Der nächste down Habe ich Hinter dir Marvin Unser Beschützer ist tot Wir haben noch einen anderen Lol Null Gehen wir rein? Da ist keiner Dune Ich habe noch zwei Leben Nein Ich bin gegen Elektroscheiß gekommen Lol Ich hatte noch zwei Leben Er kommt er kommt Ja Rette mich Warte 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 Ich opfer mich fürs Team Damit er weiß wo er hinschießen muss Warte Warte Wo denn der Lol Jaaaa Niiiice Bro fucking bostner meine Sicht natürlich Immer die Sicht vom Besten Ach du Scheiße So was machen wir jetzt? Hm Alle Pumpe? Ne hier ist Pumpe scheiße Stacheldraht auf jeden Fall alle Stacheldraht, das muss sein, und dann nehme ich mal einen deutschen. Echt? Ich nehme auch Stacheldraht und Mobilschild und auch deutsch. Ich lasse ihn noch eben reinforced, dann kille ich ihn jetzt. Nein, wir müssen, dafür kriegt er richtig wenig HP. HP-Strafe dafür. Warte. HP-Strafe. Ich denke ich auch so da, fuck, alter, noch zwei Leben. Alter. So, ich werde hier hinten hingehen. Ja, sehr schön. Ich sage jetzt vielleicht nochmal hier ein bisschen. So, direkt bitch natürlich. Behälter lokalisiert. Bei denen ist einer zurück. Vorne, nicht auf der Westseite. Alter, der wurde direkt weggepümmelt. Wo war das jetzt? Hier. Hab ich. Easy. Und sind welche? Oh, ich hatte mein Schild noch. LOL! Bei uns ist der Typ weg! Bei uns ist der, ja, der Kabo hat gerade gelieft. Weg, bis unten oben! Wo ist einer? Den Bio-Gefahrgut behält. Ein Kind? Hallo? Nur noch ein Gegner übrig. Wo ist der? Ja, wir kämpfen! Wir kämpfen! Du! Marvin! Meiner! Du mieser Gierheiz, Alter! Toll. Rüchter! Fucking Brothers! So, Alter, du musst jetzt aber Recruit nehmen. Los! Andi, der ist schon wieder weg, oder? Ah, wir müssen sagen, only Recruit. Der hat schon Recruit. Achso, we? D4GC. Voll gut. Der ist Level 30. Aber cool. Äh, wo, was machen wir? Shotgun? Echt Shotgun? Ja, auf keinen Fall. Okay. Aber warum, Alter? Im Angriff Shotgun auf der Map hier ist... Okay, nee, nee, dann nicht. Ich mach Schild. Ich mach Schild. Ballistischer Schild. Rauchgranat, nee, Sprengleitung und Splittergranate. Ja, sieht gut aus. Jawoll! Yolo. Hör ich da was im Keller? Wo sind sie? Hallo? Hör ich da was im Keller? Hallo? Oha. Ich bin wieder im Keller. Ja, dann hau ich ordentlich die Drops auf dort. Ah, damit kriegst du nicht. Feind gescannt. Oh, Leute. Ich geh um. Bei mir kam ja eben grad, der Bandit kam da hinten wieder, ne? Wir sind ja hinten reingegangen. Der Bandit muss irgendwo oben rausgesprungen sein. Und genau da, wo wir eingegangen sind, sind wir uns die Tür wieder reingelaufen. Nein! Was, ey? Deswegen wurde ich ja gekillt. Ich war hinter euch und auf einmal war ich tot. Achso, ich dachte, der ist einfach von der oberen Treppe gekommen. Nein, da war noch einer. Loll. Rush, rush, rush! Rush, rush! Rush, rush! Rush, rush! Rush, rush! Rush, rush! 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 gesch consumen gehen da oben. Beste granate EU west! Gut dass du nur einer hast. Kannst du vielleicht dass du nur mal verletzen kannst. Ich darf eine Schlittergranate. Warum gehen wir nicht zusammen? Ich rushe jetzt tatsächlich... Ich brauch mit dem Simpo. Er hat gesagt Rushen und ich rushe. Aber nicht keiner dabei, wieso seid ihr nicht dabei? Wir sind hier. An der Seite. 2 tutaj. ja schön gescannt weg mit dir weiter geht's haben wir noch einen nein alter diese shotgun ist ja mehr als scheiße von hinten kommt jetzt noch beinkeller das hat nicht funktioniert mit der pumpe ging das gar nicht der hat auch gefressen der jäger wieder matchball verteidigen das schaffen wir und zu viert oh ok diesmal try it wieder mobile schild habe ich gerade nicht gebrauchen nitro die brauche ich eigentlich auch nicht ich habe ein stacheldraht und ein mobiles schild dabei stacheldraht komm stacheldraht ist wichtig der rest ist egal go go power rangers go 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 power rangers oh der raum ist geil gefällt mir hier machen wir noch mal hier im gang die drohne der gegner hat biogefahrgussbehälter lokalisiert zack ey zack habe ich denn hier für eine scheiß waffe wollte ich gar nicht der wird dir dazu gemacht eisendreck die drohne der gegner hat den biogefahrgussbehälter lokalisiert mal ab ins bad na 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 hinlegen dann sieht man mich nicht ah beide leider schon down die kameras ok vielleicht kriege ich nicht hier sogar ein steht noch nicht na Twitch drohne Twitch drohne down steht noch nicht drin oder keine kamera kann was sein wirst du ob man mich sieht wo könnt ihr hier hinten ne aus der küche kommen schüsse hier rein oder echt ja immer noch kein arsch kommt aus der bar kommt der da Alter ich bin grad richtig gefickt hier hinten den gegner von der sicherung des behälters aber ich kann mal dauern nein genau unter dir ist mal einer maurin wiederbelebt ja dann weiterspielen ja doch von hinten ich wusste nicht von vorne oder von hinten oben ist ash habe ich falsch gedeutet jawohl oben war ash oben war ash da bin ich gestorben da oben ist sie ich markier ich habe sie von drüben und da habe ich vorne runter sagt wann sie treppe geht weiß nicht ob sie noch irgendein job aufmachen kann ich habe auch nicht auf einmal war sie hinter mir wenn euch diese treuerunden gefallen haben dann zeigt daumen nach oben checkt natürlich auch johnskos sicht und danke an die muchazos die dabei waren müssen wir jetzt noch mal reingehauen bei bei euch auf schon ciao wo